Seit mehr als 30 Jahren vereint die Marke Lubratec erstklassige Lösungen für eine tiergerechte Haltung von Pferden und eine effiziente Hofbewirtschaftung. Sie planen eine moderne, lichtdurchflutete und gut belüftete Reithalle, die Sie je nach Anforderung flexibel nutzen möchten? Dann sind unsere Lubratec-Lösungen genau das Richtige für Sie. Durch den breiten Lichtfirst gelangt besonders viel natürliches Tageslicht in die Halle, ohne dass eine gefährliche Hitzeansammlung entsteht. Die warme Abluft wird direkt über große Öffnungen nach außen geleitet und neue Frischluft zugeführt. An trüben Tagen oder bei Dunkelheit empfiehlt sich unser Lubratec-Lichtsystem mit modernen, leistungsstarken LED-Leuchten. Das helle, angenehme Licht unterstützt die Konzentration von Pferd und Reiter durch ein optimiertes Lichtspektrum. Dank des geringen Energieverbrauchs lohnt sich die Umrüstung alter Lampen gleich doppelt. Unsere bis zu 6 Meter hohen und 6 Meter breiten Stabitore sind ideal für den einfachen Zugang von Reiter und Pferd oder die Durchfahrt größerer Maschinen, um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Auch zur gezielten Frischluftzuführung sind Sie optimal geeignet. Beschlossen halten Sie hohen Windlasten stand. Eine kostengünstige Alternative zu massiven und windundurchlässigen Wänden sind unsere Spannvarianten, die neben Wind- und Wetterschutz für zusätzliche Frischluft sorgen. Wenn Sie regelmäßig die Frischluftzufuhr steuern möchten, sind Sie mit unseren flexiblen seitlichen Wickellüftungen optimal ausgestattet. Durch die vielen Einstellungsmöglichkeiten können Sie je nach Wind und Witterung gezielt die Hitze herausleiten und zusätzliches Tageslicht hereinlassen. Neben unseren Lösungen für Reithallen können Sie aus weiteren Lubratec-Produkten für Ihre Stallungen wählen, um auch hier das beste Klima für Ihre Pferde herauszuholen. Die Belüftungstubes versorgen Ihre Pferde mit zugfreier Frischluft und reduzieren so die Bildung von Schadgasen und Keimen und beugen Atemwegserkrankungen vor. Futtermittel und Maschinen sind hinter unseren Faltfronten und Spannvarianten sicher vor Wind und Wetter geschützt. Durch die großen Öffnungen ist das einfache Befahren und Rangieren auch mit schweren Geräten ganz leicht möglich. Lubratec-Spannvarianten sind optimal für die Frischluftzufuhr in Ihrer Führanlage oder Longierhalle geeignet. Sie schützen außerdem vor Wind und Regen. Im Offenstall haben Sie mit unserer Futterraufe die Möglichkeit, das Futterangebot durch die zeitgesteuerte Automatisierung der Tore zu regeln. Sie haben die volle Kontrolle über die Fresszeiten Ihrer Pferde und erreichen eine artgerechte Fütterung. Unser Sonnensegel spendet Schatten und schützt Ihre Pferde auf freien Flächen ohne natürliche Beschattung vor schädlicher UV-Strahlung. Auf der Weide bietet der Lubratec Weideunterstand Schatten für Ihre Tiere und Schutz vor Witterungseinflüssen. Der Unterstand kann aber auch als Lagerort für Heu oder Stroh genutzt werden. Durch den unkomplizierten Aufbau ist eine hohe Mobilität bei der Standortwahl gegeben. Unsere Trennlage hält die Trag- und Tretschicht auf dem Reitplatz oder Paddock zuverlässig voneinander getrennt und gewährleistet gleichzeitig eine optimale Drainagewirkung. Das Lubratec Produktportfolio bietet Ihnen ideale Lösungen, um das Wohlbefinden Ihrer Tiere zu fördern, egal ob Zuchtstute, Deckhengst, Sport- oder Freizeitpferd. Mit Hüsker haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Gemeinsam entwickeln wir das Wohlfühlpaket für Sie und Ihre Pferde. Lubratec. Hier finden Sie die passende Lösung für die Belüftung, Belichtung und Bewirtschaftung Ihres Pferdebetriebes. Steigern Sie die Gesundheit Ihrer Tiere, erhöhen Sie Ihre Vitalität, Ihre Aktivität und gestalten Sie Ihre Hofbewirtschaftung noch effizienter. Mit Lubratec. Untertitelung des ZDF für funk, 2017